Eine Sensationsmeldung, meine Damen und Herren. Teleportation ist möglich. Erstmals wurde experimentell demonstriert, dass Teleportation nicht nur im Quantenraum, sondern auch in unserer klassischen Welt möglich ist. Seit einigen Jahren ist bekannt, dass Quantenteleportation kein Ding der Unmöglichkeit ist. Doch nun konnten Physiker der Friedrich-Schiller-Universität in Jena das bisher Unglaubliche wahrmachen. Einzig mit der Entfernung, da klappt es noch nicht so hundertprozentig. Es können nämlich keine beliebigen Distanzen zurückgelegt werden. Die Teleportation funktioniert den Aussagen der Forschern zufolge lediglich lokal. Aber das Sensationelle daran ist, dass wie bei Star Trek die Informationsübertragung vollständig und verlustfrei erfolgt. Also ich sag nur, beam me up, Scotty! Vielen Dank an dieser Stelle an Andreas Müller von grenzwissenschaftaktuell.de, der immer wieder in Wissenschaftsblogs und Zeitschriften stöbert und diese tollen Meldungen sammelt und veröffentlicht. Was sagt eigentlich unser Experte dazu? Sollten Sie eine ausgefeiltere Meinung zu diesem spannenden Thema haben oder auch vielleicht weggebeamt werden wollen, so hinterlassen Sie uns einen Kommentar gleich hier unten. Bis dahin, sagt Mario Rank, vielen Dank!